Nein, genau. Hier müssen wir Scheinwerfer oder so'n Scheiß sammeln. Das heißt, ein bisschen aufpassen, wo man hinkrabbelt. So, benutzen. Hab ich einen? Hey! Wirklich hier Damage. Bockig, dieser Scheinwerfer. Da muss man gleich weg, dann. Oh! Flieg hier nur runter, Mann. Wenn du hier runter fliegst, dann hast du es hinter dir. Ich höre diese Mistviecher schon wieder. Das waren falsche, deswegen, okay. So, hier ist sicher. Wie viel brauchen wir eigentlich? Einen habe ich ja schon. Müssen wir alle, oder was? So, schauen wir den hier an. Verkehrte wieder. Boah, spannende Sache. Ich krieg hier nur Damage. Wieder heilen. Der richtige hoffentlich, jawohl. Die, die grün blinken, sind die richtigen, alles vorsichtig. Das heißt, der hier müsste auch passen, was ich so gesehen habe. Jo. Und jetzt? Wieder runter, oder was? Ich habe alle. Wir haben doch jeden gemacht, oder habe ich einen übersehen? Da oben auch noch. Oh, shit. Da müssen wir noch eine Runde rauf. So, dann gehen wir da hin. So, da stehe ich mal gut. Kann man da nicht rauf? Okay, mach so rauf. So. Da ist mein Bettchen. Nein, wir müssen das unbedingt in der Nacht machen. So, hier müssen wir auch nur anscheinend. Hala, ich kriege hier nur Damage. Am besten nur die, die was grün leuchten. Ich glaube, das sind die richtigen. Den anderen muss ich gar nicht. Scheiß jetzt auf den hier. Ich mache jetzt nur mehr die grünen. Ich glaube, das müsste auch reichen. Schiss, dass ich hier runterfalle. Das ist ein bisschen eine ungute Sache. Da leuchtet nichts grün. Da leuchtet nichts grün. Da leuchtet nichts grün. Der leuchtet grün. Und dann noch Gewitter. Was will man mehr auf einer Brücke, während Gewitter ist? Wir haben es. Ja, Mann. Wow. So, und jetzt müssen wir zu Alfie. Wow. Das können wir jetzt in der Nacht machen. So, jetzt muss ich mal schauen. Das ist dort. Ich springe ins Wasser am besten. Geht sich doch sicher aus, oder? Ist da unten Wasser oder Land? Da müsste Wasser sein, ne? Kann man das nicht auf der anderen Seite machen? Das wäre praktisch halt. Gehen wir mal rüber. So, kommen wir da. Das müsste doch sich ausgehen. Wenn ich da rüber hüpfe, dass wir hier im Wasser landen. Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Boah. Jetzt habe ich aber geschwitzt, dass wir hier wo drauf fliegen. So, und dann ab zu Alfie. Läuft doch. Das ist sogar eine Sicherheitszone hier. Alter, für den Jump kriege ich über fünf Sterne. Du, ey. Halleluja, das war ein Jump, ey. So, ich gehe sogar in der Nacht. Wir haben Balls jetzt. Hallo. Alles klar? Bei euch ist alles klar, da wette ich. Nur bei mir ist nichts klar. Lalalala. Ich schau kurz zum Händler, wenn ich schon mal da bin. Hey, so ein scheiß Wetter. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Ja, was denn? Lass mal gucken. Eine Machete kann ich aber im Moment nicht brauchen. Stromfeuer, Strom... Äh, ne, die Axt will ich nicht. So, machen wir das. Und Plastikzelle hast du. Oh nein, habe ich was für dich wahrscheinlich nicht. Doch. Die komische Machete hier. Ja, alles klar. Ich bin dann, ne, Richtung, wisst schon. In der Nacht. Im Gewitter. Ja, die können mit der Autobombe spielen. Kriege ich nur meine Nebenbeipunkte. Und wir gehen hier weiter. Wir müssen zu Alfie. So. Hier oben habe ich meinen... Bin ich in Sicherheit hoffentlich. So, jetzt muss ich mal runter. 200 Meter in die... Oh. Naja, was entdeckt? So eine Blume. Toxische Flechte. Die ist selten und... Die ist praktisch... Hoppala. Ja, die ist sehr selten. Na, Pflück. Jetzt auch. So. Da ist noch eine. Sehr schön. So, der kommt dummerweise zu mir her. So, wir müssen da geradeaus. Genau wo der Wichser da ist. Gefällt mir nicht, aber naja. Oh. Shit happened. Schlechtes Timing. So, da. Machen wir ein bisschen Lärm da hinten. So, dann hauen wir mal ab da. Wir müssen jetzt wirklich flitzen hier. Oh, ich bin ein ordentlicher Flitzer gerade. Es läuft. So. Euch gebe ich Gas, ihr Säcke. Jo, das haben wir noch einwandfrei gemacht. Was ist los? Wie viel Uhr? Jo, da können wir ja schon. Das gibt Punkte, Leute. Jo, mach mal. Ich bin nicht vor, irgendwas zu kaufen. Natürlich nicht. Und ich habe auch nicht vor, Ihnen etwas zu verkaufen. Nur eine Sache. Eine Idee. Sie helfen mir. So, so. Ich bin nur noch drei Geschäftsabschlüsse davon entfernt, Handelsvertreter des Jahres zu werden. Aber natürlich nur, wenn das Jahr wegen der Zombie-Apokalypse früher als gewöhnlich endet. Aber, das tut es ja. Ich bin ziemlich beschäftigt. Sind wir das nicht alle? Ich zähle auf Sie, denn die Verträge sind bereits abgeschlossen. Ja, ja, okay, okay. Ich will dich drei Flaschen Serb-Fleckenentferner verkaufen, damit ich die Geschäfte als abgeschlossen verbuchen kann. Und der Titel gehört mir. Gut, aber... Aber, was springt dabei für Sie raus? Ruh. Was noch? Reichtum. Und natürlich die Serb-Garantie, dass sie sich danach erfüllt und zufrieden sind. Wer sich immer zu mir dreht. Ja, okay, können wir machen. Verstanden. Dann mal los. Sie werden es nicht bereuen. Let's go, Junge. Man muss sich durchbeißen. Komm, sonst köpfe dich. So, hopp jetzt. Also, dem muss ich Escort geben oder so. Beschützen. Ich meine ganzen scheiß Böller verkaufte. Das ärgert mich jetzt richtig, ja. Weil die hätte ich eigentlich gebraucht. Ich wollte nur ein paar verkaufen. Das ist wieder der Scheiß. Und dann habe ich das Versehen alle verkauft. Das hat mir schon einmal passiert. Das ist ein Kack. Was denn in Ruhe, du? Dieses Territorium ist abgegrastet. Jetzt seid, weiter zu ziehen. Ah. Wir haben was gegeben. Dem Homo. Hm. Das looten wir schnell. Mull, glaube ich. Jo. Ja, ja. Chill. Warte, du bist vor mir, du Detlef. Und ich soll auf die warten? So, mich verarschen. So. Ich schau mal hier, ob noch was ist irgendwo. Wow. Das sind ein bisschen viele. Lass ihn in Ruhe, du Piss-Zombie. So sieht's aus. Also, ich bin sehr froh, dass ich dir helfe, du. Hab ich die ganze Arbeit nicht gemacht, du Pflaume? Wo bist denn du? Ah. Wir haben was zum Abstorben hier. Wo bist denn du? Oh, da ist er. Irgendwo hier. Da ist er. So. Verkauf den Scheiß. Alles klar. Der hat doch schon ein bisschen Leben verloren. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Es gibt... Was ist denn? Willst du mich verarschen, der ist jetzt nicht tot. Ja, der... Der legt sich da hin, ey. Was bist denn du für ein fauler Johannes? So. Nehmen wir das hier mit. So, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Da unten, glaube ich, ne? Ja, da ist er. Ich komme! Oh! What the fuck? Schreck mich denn zu. Oh, hoppala. So, wo ist denn der hin? Da rechts. Weg, Skender. Geht mir nicht am Pesel. So. Wo ist der jetzt wieder hin? Hey, der ist manchmal so zügig. Ich soll ihn treffen. Ja, hau den mal ab. Warten Sie gefälligst. Ja, ja. Du bist vor... Diese KI. Sag mal, nix mehr dazu. Probe gefällig! Und nun zum Geschäftsabschuss. Wegskind down! Wegskind down! So, wo ist die Pissbacke? Oben oder unten? Äh, oben. Ich wette, die sind auf der Suche nach Antizid. Hoffentlich finden sie welche. Die Flasche ist vor der Tür. Ah, jetzt kommt der Arsch von hinten hier. Gefällt mir gar nicht. Schleckenkreis-Label für dich. Ab und an wird das nicht geschossen. Wir sollten los. Leuten zu helfen, fühlt sich sonst anders an. Sind Sie von der Heilsarmee? Ach, komm, go. Oh ja, das ist nett. Diese Böller sind super. Es ärgert mich jetzt, dass wir die nicht mehr haben. Das ist wirklich ärgerlich. So, wo ist denn der hin? Da oder wo? Ne, da oben ist er irgendwo. Irgendwo hier muss das hin. Wo ist denn der Pisser hin, Alter? Der ist mal ein bisschen zu schnell, der Scheißer. Kommst du gar nicht nach, ey? Jetzt geht er wieder da rauf. Und hier ist er irgendwo. Da ist er, genau. Weg da. Schön in Ruhe lassen hier, Pisser. Und fast, da muss man wieder aufpassen, sonst kriegt man eins auf den Luzzi. Wir haben schon öfters einige gekriegt von Pisser. So, wohin willst du? Oben? Geh mal vor. Ich erlaube es mir. Wo ist er? Da ist er. Wichser! Was glaubst du, was du hier machst? Mal ein bisschen aufpassen, neben meinem brennenden Fass ist auch nicht so chillig. So sieht's aus. Hammer ab hier. So ein kleiner Scheißer da. Einer von Raiss, einen Spacken. Wollte uns am Piesel gehen. So, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Äh, ich hab's geschafft. So viel hat der jetzt nicht gemacht hier. Oh, Spacken. Alter, du Schwein. Danke Ihnen. Bitte. Oh, danke. Ein Entwurf. Da sind wir ja. Das hat sich nicht orientiert. Da sind wir dabei. So, was haben wir da? Danke. Was hab ich da gekriegt? Feuersperrmut, ne? Halten Sie sich von meinen Brunden fern. Wenn Sie mich hintergehen, muss ich Sie leider erschießen. Auf Wiedersehen. Ja, ja. So, wir gehen zu Alfie. Das ist hier irgendwo. Wo ist der Alfie? Der Alfie ist da drüben. Alfie. Alfie. Wer ist Alfie? Du? Alfie, ich hab was. Dann musst du warten. Wir haben zu tun. Ich hab was für dich, du Dödo. Ich hoffe, dass deine Stimmung aufhellen könnte. Die Strahler? Du hast die Brückenstrahler? Ja, ich bin ja ein richtiger Mann. Geht mich nichts an. Wreckend auch nicht. Sag, du hast sie in einem Schuhkarton gefunden. Bist mein neuer Lieblingskumpel, Crane. Ich kümmere mich um dich. Morgen Abend werden wir schon viel sicherer sein. Nice. Das gibt schon Punkte. Oh, aber kein Level. Kein Level. Es braucht jetzt schon sehr viele Punkte für ein Level. Aber bald haben wir einen. Wo wir was haben, ist hier in Wendigkeit. Ich schau mal, was es hier so schönes gibt. Wurf. Was ist das? Brutaler Wurf. Feinde liegen am Boden können so schnell erledigt werden. Hm. Oh. Knochenbrecher werden sie während des Rutschens treten. Das ist auch nett. Femmenden. Das ist Unsinn. Was ist das? Ah, super. Selbst noch eine Schwung auf der... Schnelle Höhe. Ja, das nehme ich mal, weil was soll man denn sonst mal... Ja, das brauche ich eigentlich nicht mehr so hier. So. Dann schauen wir mal. Wir haben hier eine Herausforderung. Was ist mit der? Irgendwo. Bugshot. Denkst du, du wärst bereit für eine weitere Kampfdemonstration? Der Nahkampf ist ja bei Beißern nicht ratsam. Also will ich, dass meine Rekruten den Umgang mit Fernwaffen erlernen. Kannst du mit Wurfmessern umgehen? Ja, ich denke schon. Eben die will ich ihnen noch beibringen. Na, schauen wir mal. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Tschüss.